Hashtag nein zur Rotation. Hashtag nein zur Rotation, Junge. Let's go, Alter. Geht doch, Mann. Oh, Champions League Rückspiel gegen Zagreb. Wir sind einfach, wir sind Tabellenführer. Wie spannend ist diese Gruppe, bitte? Wie fucking spannend ist bitte diese Gruppe? Pressekonferenz. Suarez wird wieder gelobt. So, Suarez, du wirst gelobt und machst einen Doppelpack, okay? Komm schon. Ach, scheiße. Ah, Depay. Ja, aber Wanbisaka ist verletzt. Ja, Suarez. Ich habe ihn gelobt. Komm schon, es wäre so wichtig. Es wäre so wichtig. Nice. Oh, Ödega beschwert sich. Ja, es tut mir auch leid, Ödega. Aber Hashtag nein zur Rotation, du weißt Bescheid. Wir müssen die Spiele gewinnen. Hauptsache, Ödega ist drei Monate im Verein und will schon wieder weg. So, wie viele Punkte sind wir noch hinter dem ersten? Wir sind halt nur noch vier Punkte hinter dem ersten. Wie spannend ist das bitte da oben? Es gibt halt keine Mannschaft, die so richtig durchrasiert. Schon krass. Boah, Suarez Dreierpack, Doppelpack, Memphis Depay. 6 zu 0, Fortuna, wer auch immer das ist. Junge, endlich mal. Die Mannschaft kommt langsam. Boah, das ist so krass spannend. Zwischen dem zweiten und dem sechsten liegen zwei Punkte. Das ist so krass. Spieler verletzt. Nein, verpiss dich. Nein, mach nicht diesen. Zwei Monate vertongen. Ach nee, Alter. Ey, das kommt halt so maximal ungelegen gerade. Aber Depay, Suarez, beide vorm steil nach oben. Die Boys sind so am Rasieren, ne? Ja, da ist das dreckige 1-0. Fick mein Leben. Bergwein, Ehrenmann. Immerhin unentschieden. Wichtig. Wichtig, da nicht zu verlieren, ey. Ah, wenigstens keine Niederlage. Okay, das spiel... Alter, sick. Wenn wir unentschieden gegen Benfica spielen, sind wir safe in der K.O.-Phase. Da spiele ich selber gegen Benfica. Oder soll ich das letzte gegen... Na, gegen Real ist eigentlich cooler, selber zu spielen, oder? Naja, gegen Real ist schon cooler, das zu spielen. Habt ihr recht. Dann machen wir es nämlich so. Gegen Real spiele ich nicht, aber ich spiele gegen Eindhoven. Gegen Eindhoven habe ich noch eine Rechnung offen von letzter Saison. Ich spiele gegen Eindhoven. Ich habe gegen Eindhoven eine fucking Rechnung offen. Auch wenn das ein Heimspiel ist. Eindhoven, ihr Wichser, Alter. Letzte Saison das 4-2 zu Hause, oder was das war. Das hat mich fucking getriggert. Die sind aktuell einen Punkt vor uns. Die sind sechs Punkte hinter Feyenoord. So, Spieleinstellung. Fünf Minuten ultimativ. Abfahrt. Der kommentiert Broski ist back, Freunde. Ich schreibe den 14. Spieltag in der Ere-Devis. Der Tabellen-Zweiter aus der Vorsaison. Ajax Amsterdam trifft auf den amtierenden Meister PSV Eindhoven. Wo es in der vergangenen Spielzeit, am 32. Spieltag, das entscheidende Duell der beiden Mannschaften gab. 4 zu 2 konnte sich PSV Eindhoven auswärts in der Johann-Käufe-Arena durchsetzen. Und Ajax hat natürlich das Verlangen nach Rache. Ajax will Rache. Hendrix, Marlen, der ebenfalls getroffen hat in dem so wichtigen Spiel letzte Saison. Und da ist Eindhoven direkt erste Möglichkeit. Und es gibt Abstoß. Da gab es eine leichte Diskussion, ob das nicht vielleicht doch ein Elfmeter war. Oder zumindest eine Ecke. Aber Ronana darf den Ball vom eigenen Kasten abstoßen. Tonali, Van de Beek, Suarez, Depay. Die beiden harmonieren prächtig zusammen. Memphis, Depay. Schusschance wird geblockt. Und so hätte es da unsicher. Forstet den Ball ins eigene Tor aus. Eckball. Ajax mit Depay. Der auf Decker gibt noch eine Ecke hinterher. Gibt keine Ecke hinterher. Und raus zu Marlen kommt jetzt wieder zurück in die Zentrale zu Rosario. Der fasst sich mal ein Herz. Tonali kommt da nicht in den Zweikampf. Schusschance von De Jong. Aber Onada ist da. Und da ist De Jong. Das ist stark gespielt. Hendrix. Oh, das ist überragend. Und Onada muss da hin. Onada muss da hin. Riesenparade. Vorm Jungkeeper. Ecke kommt rein. Und das ist das 1 zu 0 für PSV Eindhoven. Tonali ist am zweiten Pfosten. Unaufmerksam. Ball kommt über Umwege zu Zierch. Jetzt zurück zu Masraui. Van de Beek. Luis Suárez. Und da ist der Ausgleich. El Pistolero. Luis Suárez. Der Neuzugang für über 90 Millionen vom FC Barcelona. Kehrt zurück. Übernimmt Verantwortung. Und schießt das 1 zu 1 in der 30. Minute für Ajax Amsterdam. Ganz, ganz wichtiger Treffer. In einer Phase, wo Eindhoven das Spiel hier anscheinend eigentlich kontrolliert hat. Aber Luis Suárez erzielt das 1 zu 1. Ganz, ganz wichtiger Treffer. Ajax Amsterdam aus dem Nichts zurück im Spiel. Decker, der junge Mann auf dem Weg zum Tor. Decker am zweiten Pfosten. Er ist ein bisschen zu lang. Da Hakim Zierch. Riesenschance vergeben kurz vor der Halbzeitpause. Auf Masraui. Der auf Luis Suárez. Suárez, starker Ball für Zierch. Das ist super gespielt. Den Pai kein Abseits. 2 zu 1. 45. Spielminute. Memphis Depay mit dem 2 zu 1. Und da haben sie wieder zugeschlagen. Das Traumdu von Ajax Amsterdam. Depay und Suárez finden sich beide wieder auf der Torschützenliste wieder. Vier Minuten sind wir schon drüber. Ajax Amsterdam mit dem wichtigen 2 zu 1. Suárez stark gemacht. Zierch. Und der bewahrt einen kühlen Kopf. Legt ihn nochmal rüber. Und Depay bereits mit seinem achten Saisontreffer. Aber jetzt Eindhoven mit Marlen. Die darf man natürlich nicht abschreiben. Stärkste Offensive der Liga. Wir haben es angesprochen. Lügt De Jong. Marlen. Marlen geht da klasse vorbei. Marlen legt ihn nochmal raus auf De Jong. Und Ake ganz wichtig dazwischen. Aber klärt ihn dann direkt in den Lauf von Marlen. Und er erzielt das 2 zu 2. Und das kam, muss man sagen, aus dem Nichts. Van de Beek. Suárez. Depay. Alleine vor dem Tor. Memphis. Depay. Und was macht er denn? Memphis. Depay. Den macht er normalerweise im Schlaf. Den macht er blind. Und den setzt er vorbei. Wieso setzt er den vorbei? Depay. Suárez. Suárez. Und er macht ihn. 91. Spielminute. Luis Suárez macht das 3 zu 2. Ganz wichtiger Treffer für Ajax Amsterdam im Derby. Und er macht ihn. Er macht ihn. Memphis Depay setzt sich durch über links. Legt ihn ab auf Suárez. Und er zieht einfach draus. Auf knapp 20 Metern. Luis Suárez. Mit dem ganz, ganz wichtigen Treffer. Für Ajax Amsterdam. Suárez streckt sich. Suárez macht sich lang. Aber den kriegt er nicht. Suárez zeigt, wie viel Geld er dann letztendlich wert ist. 92. Spielminute. Luis Suárez macht seinen 11. Saisontreffer. Und das war bis jetzt mit Abstand der Wichtigste. Und kann Eindhoven jetzt nochmal was entgegensetzen. Können sie nicht. Abpfiff. 90 Minuten plus Nachspielzeit sind vorbei. Ajax Amsterdam gewinnt das Derby mit 3 zu 2. Durch einen überragenden Luis Suárez. Ja, Junge. Rachista. Junge. Birdie-Sieger, Birdie-Sieger. Birdie-Sieger, Birdie-Sieger. Hey. Hey. Birdie-Sieger, Birdie-Sieger. Auswärts in Fendo. Die haben drei Niederlagen hintereinander. Kommt, Mann. Mal, ich werde aus dieser Mannschaft nicht schlau. Ehrlich. Ich werde aus dieser Mannschaft nicht schlau. Champions-League-Gruppe sind wir eh schon safe weiter. Gegen Real geht es jetzt um den Gruppensieg. Ich glaube schon, unentschieden wäre nice. Unentschieden wird uns schon reichen. Dann wären wir Gruppensieger. Dann kriegen wir vielleicht einen einfacheren Gegner im Achtelfinale. Als Gruppenzweiten dann. Hinspieler haben wir 2-1 gegen die verloren. Also das erste Gruppenspiel. Ach, Scheiße. Ja! Nein! Dieser scheiß Kramaric. Die holen einfach Kramaric von Hoffenheim. Und der trifft immer gegen uns. Das kann doch nicht sein, Alter. Und Max Kruse hat für Manchester United getroffen. Wer kennt es nicht? Kramaric bei Real Madrid und Max Kruse bei Manchester United. Zuhause gegen Graf Scharp. Wie viel da ist Graf Scharp? Die sind letzter. Die haben 5 Punkte nach 15 Spielen. Wenn wir die jetzt hier nicht hoch weghauen, dann habe ich den Glauben an diese Mannschaft verloren. Ah, Suarez spielt gegen seine Ex, ne? Soll ich Eindhoven im Pokal spielen? Musst du eigentlich ehrlich spielen, ne? Ey, wenn ich das jetzt simuliere und in Eindhoven rausfliege im Pokal, dann würde ich mich komplett abfucken. So, ultimativ. Gib ihm. Van de Beek auf Becker. Der zu Luis Suarez, der versucht es mit einem Distanzschuss. Jetzt ist das wirklich sehr schwach, was Eindhoven hier nach vorne macht. Da kann man schon sagen, dass das bei Ajax besser funktioniert. Und jetzt hat Decker Platz. Der legt ihn rüber. Zu Arjen Robben. Und der macht hier nichts rein. Hat ihn auf dem starken Linken. Dafür war er jahrelang in Europa gefürchtet und bekannt. Arjen Robben. Aber zu Ed im Tor. Reißt die Arme hoch. Zu Arjen. Van de Beek. Das sieht jetzt schon richtig gut aus. Memphis. De Pei. Und die nächste Möglichkeit für Ajax Amsterdam. So langsam könnten sie hier den Führungstreffer erzielen. De Pei. Wieder auf Luis. Zu Arjen. Und Unastell mit einer Riesenparade. Sucht die Anspielmöglichkeit. Findet sie mit Renato Sanchez. Van de Beek. Auf Robben. Er nimmt ihn direkt. Arjen Robben. Und was war das denn? Arjen Robben. Der alte Mann. Aus Holland. Mit dem 1 zu 0. Gegen den Ex-Verein. Arjen Robben. 70. Spielminute. Und den macht er. Und keiner weiß wie. Mit dem Rücken zum Tor. Irgendwie direkt. Van de Beek mit der Vorlage. Fällt dabei hin. Unastell weiß gar nicht was passiert. De Pei. Suarez. Lattenkracher. Da wäre es beinahe gewesen. Das 2 zu 0. Wir sind rum. Ajax Amsterdam. Mit einem souveränen Auftritt. Bei PSV Eintorfen. 1 zu 0. Am Ende. Ein verdienter Sieg. Und der Matchwinner heißt Arjen Robben. Wir schauen uns das Tor nochmal an. Werden ihn am Ende nochmal fragen müssen. Ob das überhaupt so geplant war. Es war ein ganz ganz grobes Ding. Und Unastell denkt sich auch. Was soll ich da machen. Und warum isst keiner. Bei Arjen Robben. Den darfst du natürlich niemals schießen lassen. Aber wie er den macht. Ganz ganz grobes Ding. Ich wollte eigentlich eine Schusstäuschung mit Robben machen. Aber er hat halt funktioniert. Geil Junge. Sollte halt einfach Real Talk eine Schusstäuschung werden. Reicht das für ein Inform für Robben. Eigentlich müsste das ein Man of the Match geben. Wegen Pokal. Also mal sehen wir es. Auch in dem letzten mal. Untertitelung des ZDF, 2020